Was geht ab, Freunde? Wir reacten heute auf den neuen Song von Bärs und zwar Wiederkomm. Wir sind hier sehr pünktlich am Start heute um 20 Uhr an diesem Dienstag. Ich musste schon ganz kurz überlegen, wieder welcher Tag ist, weil es so ungewohnt ist, wenn man eben nicht Donnerstag diese Videos macht. Und ja, wie gesagt, gerade die Premiere zu Ende. Schon bin ich hier drin in diesem Video, Freunde. Bevor wir anfangen, eine kleine Bitte. Und zwar sind wir gerade auf dem Weg. Mal wieder, wir sind immer irgendwo hin auf dem Weg. Ja, ihr merkt es. Ja, 6.800 Abos. Es fehlen nicht mal mehr 10 Stück, glaube ich. Und wäre halt einfach, ja, extrem korrekt, wenn es euch gefällt natürlich nur und ihr ein Abo dalassen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir gönnen uns den Song hier direkt. Let's go. Übrigens, ne, die Hörprobe davon habe ich auch schon gehört und hatte schon wieder vergessen gehabt, jetzt in der Zwischenzeit, welcher Song das ist. Also ich war mir dann richtig unsicher, welcher das ist, der heute rauskommt. Aber dann habe ich das nochmal angehört und dann wusste ich es natürlich wieder. Ich guck nicht, wann ich wiederkomme. Bin schon lange on my way. Ja, ich hab nicht viel davon. Okay, Digga, das sieht geil aus im Video. Generell, die Farben sehen so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber so, ja, irgendwie so blass und so aus. Auch gerade hier am Anfang, ja, wenn wir nochmal kurz zurückgehen. Finde ich, sieht aber nice aus. Das sieht irgendwie aus wie so ein altes, keine Ahnung, Filmcover irgendwie. Ich weiß nicht, warum es mich daran erinnert. Ehrlich nicht. Na, alles gut. Glaub mir, alles ist okay. Ja, frag nicht, wann ich wiederkomme. Bin schon lange... Okay, das sieht auch heftig. Also ich muss echt sagen, ja, videomäßig sieht schon mal interessant aus. Auch mit den Fledermäusen und so. Passt halt natürlich auch generell da gut dazu, sag ich mal so, zu seinem Vibe einfach, ne. Also immer irgendwie so schon düster, eher angelehnt. Ich muss das mal noch ein bisschen lauter machen bei mir. war irgendwie ein bisschen fast schon zu leise. Aber ich muss sagen, irgendwie auch einfach entspannte Atmosphäre generell. Also auch vom Video her wird es gut, sag ich mal, unterstützt, ne. Mit diesem Sonnenuntergang wahrscheinlich. Sonnenuntergang, denke ich mal. Ja, und ansonsten auch von der Hook her, würde ich sagen, ist es, also es rupt entspannt auf jeden Fall. Okay, ein Stück in den Part, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ich muss mal, by the way, sagen, ne, dieses Video, also wenn ihr das gerade seht und es bei euch, auch dieser Song gerade erst rauskam, dann habt ihr wirklich Glück, denn die Bärs-Videos, die gehen immer online. Dann sind die so zwei, also ich würde sagen, wirklich maximal drei oder vier Stunden online. Und dann werden die immer gesperrt. Und dann dauert es wieder eine Woche, bis die halt wieder freigeschalten werden. Also Grüße gehen raus an Sony, ja, wenn ihr das hier vielleicht seht, warum auch immer ihr das anschauen solltet. Aber bitte, tut mir einen Gefallen und stellt dieses Video vielleicht dieses Mal ein bisschen früher und schneller wieder online. Wahrscheinlich machen die jetzt genau das Gegenteil. Ich habe keine Ahnung, aber das wäre schon sehr korrekt. Ja, weil das ist, also eine Woche ist schon wirklich viel, muss man sagen. Und das Ding ist auch, ne, dann kommen wieder Leute und fragen mich, was mit der Reaction ist oder warum ich nicht darauf reagiert habe, obwohl das Video halt einfach nur gesperrt ist. Und das ist immer leicht belastend, wenn man dann immer daran erinnert wird. Aber ist egal jetzt, jetzt hören wir weiter. Also ich finde wirklich dieses Mal den Song, und ich kann es nicht erklären oder beschreiben, warum, aber ich finde den vom Y-Pass, der irgendwie, keine Ahnung, wie ich schon gesagt habe, irgendwie entspannter als die anderen, wenn ich es dann wieder so im Kopf vergleiche. Die anderen sind deswegen nicht unentspannt sozusagen, aber ich weiß nicht. Irgendwie kommt es ein bisschen entspannter vor als sonst so. Macht vielleicht auch der Beat oder keine Ahnung, generell hat die Atmosphäre irgendwie aus. So wirkt es auf mich. Wenn es auf euch anders wirkt, ist es natürlich in Ordnung. Und die Tasche hier ist natürlich wirklich, also komplett überheftig. Aber ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt oder ob die Stimme von ihm irgendwie ein bisschen leise ist. Ich habe jetzt schon echt laut gemacht hier meine Boxen, aber ja, Hauptsache gefühlt, also dieses Teil von meinem Interface, wo ich lauter drehe die Boxen, Hauptsache das glüht einfach schon fast gefühlt, obwohl das noch nicht mal so lange an ist, aber egal. Ja, beim Video, wie gesagt, finde ich es cool, gerade auch hier die Szenen in diesem Studio da, finde ich sehen auch cool aus, vor allem, weil das so generell zu dem, ja, zu den, generell zu der Thematik einfach über die er auch oft rappt oder so irgendwie, ja, so abgefuckt sieht es einfach aus. Nicht so ein irgendwie, keine Ahnung, überheftiges, optisch krass eingerichtetes Tonstudio oder so, sondern einfach so mäßig im Kleiderschrank hier irgendein komischer alter Ventilator und so drauf. Und da hinten, genau, da hängen einfach noch Kleiderbücher. Wahrscheinlich ist es natürlich extra fürs Video so gemacht, aber sogar in der Küche sehe ich gerade. Aber ich weiß nicht, ich finde das passt irgendwie mega gut dazu irgendwie. Okay, nochmal eine Variation drinnen. Man muss sagen, der Song ist was anderes als die anderen, safe. Also ich finde, die gingen unterm Strich eigentlich schon alle in die gleiche Richtung, auch wenn die natürlich auch irgendwo unterschiedlich waren, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Aber ich finde, der Song unterscheidet sich schon irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den letzten Song zum Beispiel besser. Also ich bin ja immer ehrlich mit den Videos. Heißt nicht, dass der Song nicht gut ist oder so, überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein echt sehr nicer Song so und werde ich auch wahrscheinlich noch ein paar Mal anhören. Aber trotzdem, vom ersten Eindruck, vom ersten Mal hören, hat mir zum Beispiel der letzte Song direkt beim ersten Mal hören schon besser gefallen. Kann natürlich auch noch kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was es damals für ein Song war. Den hatte ich dann auch ein paar Mal angehört und habe ich den plötzlich auch richtig nice gefunden. Die Fliesen übrigens sehen wirklich Real Talk einfach genauso aus, wie bei meinen Großeltern im Badezimmer. Auch so ein komisches Braun und irgendwelche Blumen und Blüten und so da drauf. Wobei ich auch nur sagen muss, dass ich hier, also die Hook finde ich bei dem Song trotzdem mega stark. Ähm, die Parts fand ich, wie gesagt, halt irgendwie jetzt nicht so ultra krank oder keine Ahnung, ich weiß nicht, die haben mich jetzt nicht so gecatcht. Die Hook davon ist trotzdem echt stabil. Okay, die Aufnahme sah geil aus hier von den Cola-Flaschen. Du brauchst mir nicht einreden, dass mir was fehlt. Frag mich, wann ich wiederkomme. Ich bin schon lange on my way. Ich hab nicht viel davon, wenn du keinen Ton verstehst. Alles gut, glaub mir. Aber ihr könnt gerne mal kommentieren, wie ihr es so findet. Also, wie gesagt, ich finde den Song echt sehr nice, muss ich sagen. Aber trotzdem, für mich, wie gesagt, kommt er nicht an den letzten Song ran. Liegt aber auch daran, dass ich halt sagen muss, die letzten, vor allem die letzten zwei Songs, die rauskamen, waren schon rein von den Hörproben, die man schon lange vorher kannte, wirklich meine Favoriten. Also, das kommt halt noch dazu. Und deswegen bin ich da vielleicht, ja, wo ich, wo genau das, sag ich mal, getroffen wurde, was ich hören wollte und worauf ich mich gefreut hab. Und, ähm, das ist jetzt halt, wie gesagt, was anderes. Und deswegen catch mich das vielleicht nicht ganz so krass direkt. Aber trotzdem ist es, wie gesagt, ein starker Song, ne? Also, es soll jetzt überhaupt nicht falsch rüberkommen. Ja, alles ist okay, ja. Frag mich, wann ich wiederkomme. Bin schon lange on my way, ja. Und je häufiger man die Hook hört, desto besser finde ich sie. Trotzdem. Okay. Das war's auf jeden Fall mit diesem Song. Ich hoffe, dass das Video jetzt wenigstens für zwei oder drei Stunden oder vier Stunden oder wie viel auch immer online geht, Freunde. Ähm, ja, kommentiert eure Meinung, wie immer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und, ähm, aktiviert am besten die Glocke. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder, ich denke, sogar morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao. Ciao. Ciao.